Wir sind jetzt hier in diesem alten Batavia auf dem Weg zum alten Haber, Old Haber und jetzt hier sind auf der Brücke direkt am Wasser sind ja hier so viele kleine Häuschen und wir haben jetzt, er hat jetzt gerade mal für mich gefragt und wir dürfen da sogar mal reingehen und so das ist okay? Es ist okay, wenn wir in Thai gehen? Ja, es ist okay. So und jetzt gehen wir hier rein. Hier ist die sleeping area? Ja. Okay. So, da schläft sie also. Dann hat man hier den Kühlschrank, hier die Küche und was soll ich sagen? Hier ist sogar Flussblick, nicht? Sogar Riverview. Und hier oben haben wir noch so ein paar Staumöglichkeiten. Eine Uhr. Was soll man sagen? Es ist alles da, was man braucht. Very nice. Thank you, thank you. Okay. Und hier hat sie sogar auch noch Hühne. Ah, okay, sie wird das jetzt hier. Ah, okay, sie öffnet das jetzt. Und dann sind, 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 dann ist auch gleich direkt die Versorgung hier vorm Haus. Mal gespannt. Oh, guck mal. Oh, ganz viele kleine Hühne. Oh, die haben ja wieder kein Tageslicht. Mal gespannt. Ja, die sind total sehr. Ja, die sind total sehr. Oha. Die sind wahrscheinlich zum ersten Mal Tageslicht. Ja? So, Lebaran. Okay. Und ja, in einem halben Monat ist Lebaran, also ist dieses Fest und da werden sie dann gegessen. Die Arme, die hier so im dunklen Leben. Naja, ziehen wir mal weiter.